Guten Abend, liebe Motorsportfreunde und willkommen zurück zu Formel 1 2021. Es ist mal wieder soweit, die Formel 1 bestreitet am 27. bis zum 29. August wieder ein Rennen. Nämlich sind sie diesmal in Belgien unterwegs, in Spa von Crochon. Und ihr wisst, was das heißt. Wie auch schon bei den letzten Malen in Ungarn und in Großbritannien, werde ich auch wieder ein komplettes Qualifying mit einem kompletten Rennen fahren. Und der Frederik Gaming, Grüße gehen raus an ihn, hat sich wieder für Belgien einen Boliden mit einem Fahrer gewünscht. Und nämlich hat er sich das Alpine F1 Team gewünscht und als Fahrer Fernando Alonso. Und wenn ihr für das nächste Rennen in den Niederlanden, in Zandvoort, gerne wie der Frederik Gaming einen Wunsch äußern wollt, welches Team ich fahre und welchen Fahrer ich auswähle, Dann schreibt es in die Kommentare, der Kommentar mit den meisten Likes gewinnt das Rennen, beziehungsweise mit dem fahre ich dann, mit der Kombination. Und ja, was gibt es zu Fernando Alonso zu sagen? Er ist ja einer von den alten Hasen, sozusagen, von der alten Schule. Er ist ja wieder zu Formel 1 2021 zur Formel 1 zurückgekehrt, sozusagen. Und bis jetzt ist er auch nicht schlecht im Alpin. Er hat mehr Punkte gesammelt in den meisten Rennen, sozusagen. Und hat wenig Ausfälle gehabt. Hat auch schon ein paar Weltmeistertitel gewinnen können. Und ist auch schon bei anderen Rennklassen siegreich gewesen. Nämlich zum Beispiel bei den 24 Stunden Rennen. Und ja, er soll weitermachen, wie bisher. Ich mag ihn auch als Fahrer. Wer mag ihn nicht? Den Spanier. Und wir schauen dann mal, wie das Wetter jetzt so wird hier im Qualifying und im Rennen in Belgien. Aber erstmal noch eine kurze Werbung. Ihr könnt gerne bei meinem Partner Instant Gaming vorbeigucken. Für günstig Games und Guthaben. Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Und dann könnt ihr euch das Spiel hier auch günstiger holen. Indem ihr euch einen Key holt. Oder eine Guthabenkarte. Runde 1, Qualifying 1. Mit den schönen Bildern hier von der Strecke. So, dann schauen wir mal. Oh, okay. Das ist nicht so geil. Ich hab kein Regensetup. In Qualifying soll's regnen. Erstmal leicht und dann stärker. Na, klasse. Aber im Rennen ist es dann schön. Gut, dann schauen wir mal. Und somit befinden wir uns jetzt schon hier in Q1. In den letzten beiden Kurven. Und ich nehm euch mit auf meine schnellste Runde im Qualifying. Jetzt gerade sind wir auf Start und Ziel. In der ersten DRS-Zone. Jetzt in die erste Kurve rein. Und wir jagen runter zur Urug. In der wir uns gleich befinden. Nämlich jetzt. Und dann sind wir auch schon hier in der zweiten DRS-Zone. Hier in Belgien. In Spa-Francorchamps. In der... Oder auf der Ardennen-Achterbahn. Dann geht es hier in eine Schikane rein. Die hätte ich viel besser treffen können. Aber... Und von dem Williams vor mir. Hatte ich vielleicht ne leichte Dirty Air. Vom Russell, der mich jetzt hier vorbeilässt. Und somit geht es auch schon wieder runter vom Berg. Hier ne schnelle Linkskurve. Die hier in Formel 1 2021 sehr schwierig zu fahren ist. Aber nun gut. Wir sind da gerade noch so gut durchgekommen. Dass es da nicht ungültig geworden ist. Jetzt durch ne weitere Rechtskurve. Und somit sind wir auch schon fast wieder im Ziel angekommen. Nur noch über diesen High-Speed-Streckenabschnitt. Der uns zur Schikane führt. Und die Schikane. Die leitet uns dann wieder auf Start und Ziel. Wo dann die Zeit gestoppt wird. Hier sind wir jetzt in der Schikane. Latifi fährt er gerade in die Box rein. Und die Zeit bleibt hier stehen in Q1. Bei einer 1,43,8. Wir sind 14. Juvinazzi, Schumacher, Russell, Marzipin und Latifi sind raus. Meine schnellste Rundenzeit hier in Q2 im leichten Regen ist eine 1,53,8. Neunter Platz bin ich. Raus sind Gasly, Ocon, Sainz, Zunoda und Rai Köln. Und natürlich in Q3 meine erste Runde beende ich da mit einer 1,44,3. Und starte somit von Platz 4 ins Rennen. Und jetzt die Startaufstellung. Da stehen wir also. So, in der Startaufstellung. Und das ist meine Strategie. Ich fahre 11 Runden Soft. Dann 16 Runden Medium. Und nochmal 17 Runden Medium. Und somit gehen hier in Belgien die 5 roten Lichter an. Und wieder aus. Und somit ist das Rennen freigegeben. Ich kann vielleicht hier schon den Bottas überholen. Überholen Richtung erste Kurve rein. Kleine Berührung. Aber dann in der Rausbeschleunigung überholen mich Bottas und Norris. Somit bin ich 5. Hier die Kurve hat mir sehr viele Schwierigkeiten gemacht im Rennen. Da schlüpft Vettel und Riccardo durch. Somit bin ich schon mal 7. schon wieder hier in der Kurve in Runde 3. Da kommt der Paris vorbei. Somit bin ich schon mal auf den 8. Platz zurückgefallen. Und dann auf den Highspeed-Streckenabschnitt. Kleine Berührung mit Stroll. Aber ich bleib hier dran. Saug mich im Windschatten wieder an ihn ran. Und bremse hier mich in der Schikane wieder an ihn vorbei. Somit habe ich mich gegen verteidigt. Aber hier in der ersten DRS-Zone in Runde 7. Kommt der Stroll wieder neben uns. Aber wir halten mit ERS und DRS dagegen. Und kontern wieder. Aber ja, die tückische Stelle hier. Wo die KI besser durchkommt und wir nicht. Aber hier gibt es wieder einen kleinen Konter. Oder auch nicht. Stroll ist wieder vorne. Aber hier wieder auf zur Schikane. Wo ich später bremse. Vielleicht ein bisschen zu spät. Und da kommt auch noch Leclerc, gegen den ich mich verteidigen muss. Der sich jetzt hier kurz zeigt. Aber ich ihn hier abwehren kann. Runde 9. Da kommt wieder der Stroll. Wieder kleine Berührung. Da gehe ich aufs Gras. Und überhole ihn hier wieder vor der Schikane. Aber jetzt schlägt er wieder zurück. Hier in Runde 10 mit DRS. Und da schießt er an mir vorbei. Dann fahre ich hier Runde 11 in die Box. Hol mir frische Medium Reifen. Und dann mal schauen, auf welcher Platzierung ich denn wieder auf die Strecke zurückkomme. Nämlich auf Platz 17 komme ich wieder auf die Strecke zurück. Und da versucht mich der Russell hier zu überholen. Links mit DRS. Aber ich versuche ihn natürlich abzuwehren. Bremse ihn ein bisschen später. Und habe es geschafft. Hier überhole ich den Schuhmacher in der Schikane. Beziehungsweise noch kurz davor. Als nächstes der Rai Köln bei dem Rechtsbergabknick. Jetzt habe ich die Innenbahn und bin vorbei. Als nächstes Giovinazzi noch vor der Schikane. Verwarnung wegen Berührungen gegen ihn. Weil ich da im Heck von ihm geklebt habe. Da sind ein paar an der Box. Somit bin ich 10. Weitere Boxen-Stops. Somit bin ich 8. Und Runde 15. Da kommt wieder Stroll an mit DRS. Und überholt mich. Ich bin 9. Und Gasly ist der Nächste. Der mit seinen Softs kommt. Überholt mich auch. Somit bin ich 10. Und Tsunoda hier ganz motiviert. In die Uru-Schreihen neben mir. Und überholt mich somit. Da habe ich schon ein bisschen Schiss gehabt. Aber nun gut. Und Riccardo ist hier ausgeschieden in Runde 21. Da sehen wir, dass er einen Motorschaden hat. Somit bin ich auf den 10. Platz. Und hier kämpfen Tsunoda und Stroll in der Runde 22 in der Schikane. Und das ist meine Chance. Hier gegen Tsunoda wieder vorbeizuziehen. In die erste Kurve rein. Und da bin ich vorbei. Und jetzt versuche ich noch den Stroll mir zu schnappen in der ersten DRS-Zone. Da bremse ich wieder ein bisschen später als er. Er verbremst sich da. Und ich gehe hier außen herum vorbei. Bin wieder Achter. Aber lange bleibe ich nicht vor Stroll. Denn da überholt er mich wieder. In der ersten DRS-Zone. Und ich konter hier wieder. In Runde 25. Gehe hier mit der Ideallinie mit. Und habe ihn wieder überholt. Aber das Spiel wiederholt sich. Da überholt er mich schon wieder. Und hier, ihr kennt die Stelle, kommt der Tsunoda an mir vorbei. Weil die Kaida einfach besser durchkommt. Aber hier konter ich gegen Tsunoda in die Schikane rein. Bin wieder Neunter. Und versuche mir wieder Stroll zu schnappen in der ersten DRS-Zone. Da setze ich mich diesmal innen daneben. Und bin vorbei. Somit fahre ich in Runde 27 an die Box. Holen mir nochmal frische Medium-Reifen. Währenddessen wir da Leclerc beim Boxenstopp sehen. Und somit komme ich auf den 9. Platz. Wieder auf die Strecke zurück. Auf den 10. jetzt. Weil Ocon da rauskommt. Aber den können wir uns gleich wieder schnappen. Wir kleben ihn da im Heck in der Uruch. Und jetzt versuchen wir wieder in der ersten DRS-Zone an ihm vorbeizuziehen. Das hat geklappt. Wir sind Neunter. Als nächstes schnappen wir uns hier Tsunoda. Da sind wir auch vorbei. Aber hier versucht Tsunoda wieder an uns vorbeizukommen. Runde 31. Und das schafft er auch. Das Spiel geht jetzt sozusagen ein paar Runden lang. Einmal überholt er mich. Einmal überhole ich ihn. Nämlich wie es jetzt der Fall ist. Dann in Runde 33 kommt er wieder und überholt mich. Immer hier in der ersten DRS-Zone. Runde 34. Da komme ich wieder angerast mit DRS. Und ziehe an ihm vorbei. Dann konnte ich mich eine Runde vorhin halten. Und da kommt er wieder. Dann Runde 37. Charlie Claire ist da ausgeschieden. Und wieder ein Motorschaden. Wie es bei Ricardo der Fall war. Bei Daniel Riccardo. Runde 37. Hier überholen wir wieder Tsunoda in der ersten DRS-Zone. Sind wieder Achter. Aber in Runde 38 kommt der Konter von Tsunoda gegen uns. Da kommt er wieder an uns vorbei. Runde 39. Überholen wir ihn wieder. Und sind wieder Achter. Aber Runde 41. Kommt er wieder an uns vorbei. Somit sind wir wieder Neunter. Runde 42. Überhole ich ihn wieder. Bin wieder Achter. Und Runde 43. Überholt er mich wieder zurück. Und somit befinden wir uns in der letzten Runde. Und mein Benzin geht mir schon wieder aus. Somit kommt Stroller mir vorbei. Okon. Und wir rollen auf den 11. Platz ins Ziel. Jo mach ich Jeff. Und der Fahrer des Tages ist Yuki Tsunoda. Gut Leute. Dann bleibt mir nur noch eins zu sagen. Das sind die Ergebnisse hier. Und wenn euch dieses Video von Formel 1 2021 wieder gefallen hat. Dann gebt ihm doch einen Daumen nach oben. Und schreibt einen Kommentar. So würde mich sehr sehr freuen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.